Und jetzt übergebe ich das Mikro an Frank Tempel von den Linken in seiner Position suchtpolitischer Sprecher. Dein Mikro. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Also ich bin Frank Tempel, vom Beruf zur Zeit Politiker und wenn ich das nicht bin, Kriminalbeamter. Und ich habe gehört, damit kann man hier richtig gucken, das ist total beliebt. Aber es ist nun mal so, Scherz beiseite, ich glaube zum Thema Cannabis, Hanf, braucht man hier niemanden überzeugen. Das ist aber leider bei uns noch nicht im ganzen Land so. Da ist sehr viel Überzeugungsarbeit zu machen. Wenn ich bei meinem Job durch die Lande fahre, dann treffe ich auch die Oma auf Rügen, die sagt, aber Herr Tempel, wollen Sie denn wirklich zulassen, dass sich unsere Kinder auf Raten umbringen mit diesem Zeug? Dann treffe ich auch den Onkel in Bayern, der sagt, die Jugend muss doch gezwungen werden, gesund zu leben, damit sie später auch was leisten kann, damit sie Werte lernt. Und mit diesen Vorurteilen müssen wir umgehen. Das heißt, einerseits ist es wichtig, dass ja viele Menschen für ihr Recht kämpfen, aber es ist auch wichtig, dass viele Menschen davon überzeugt werden, auch mal für die Rechte anderer und für das Richtige zu kämpfen, egal, ob man selber einen Joint rauchen will oder nicht. Hi Simon! Es ist richtig, dass ihr hier da seid, um ein Zeichen zu setzen. Und dieses Zeichen, das hoffe ich, wird an den Stellen gesehen. Wir arbeiten hier nicht weit von hier im Bundestag. Und wenn ich bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zum Beispiel zu einer Tagung bin, da tauchen keine Politiker auf. Da wird geschimpft, die Politik habe Angst vor der Bild-Zeitung, wenn sie das Thema Drogenpolitik anfassen will. Und dann frage ich euch, muss man vor der Bild-Zeitung Angst haben? Nein! Es ist zu leise, das hört die Politik nicht. Und will Zeit nicht! Die Frage ist, was kann sich ändern und was hat sich in der Vergangenheit geändert? Und da ist einiges in Bewegung geraten. Das Erste ist, dass sich die Kräfte, die der Meinung sind, dass in der Drogenpolitik sich etwas ändern muss, nicht diskutieren, wer jetzt mit dem besten Modell kommt. Also auch wenn wir vor einem Bundestagsfall stehen, dann geht es nicht darum, ob jetzt die Piraten vielleicht am weitesten gehen oder die Linken das beste Modell haben oder die Grünen das schon am längsten machen, sondern dann ist es wichtig, dass sich etwas verändert und dass sich etwas tut und eben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Medienlandschaft und bei den Gesprächen am Ladentisch. Wenn sich etwas ändert, dann kann man Vorurteile bekämpfen und dann kann man auch Menschen wie mich, die noch nie gekifft haben, bei der Kriminalpolizei arbeiten, davon überzeugen, dass die Kriminalisierung von Konsumenten kriminell ist. Und ich sage das wirklich aus dieser Überzeugung. Wenn ich als Kriminalbeamter einen Menschen vor mir sitzen habe, dem eine Straftat vorgeworfen wird, dann hat er in der Regel jemanden geschädigt. Das heißt gestohlen, jemanden verletzt, ob nun vorsätzlich oder vorderlich. Und in einem Rechtsstaat ist die Polizei dazu da, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, der jemand anderen geschädigt hat. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der zwei, drei Gramm Cannabis bei sich hat, dann ist es ein Mensch, der eventuell langfristig gesehen bei starkem Konsum in die Gefahr kommt, sich selber zu schädigen. Niemand anders sonst. Trotzdem wird ihm mit Strafverfolgung bedroht, mit Freiheitsentzug, mit Enteignung. Und das ist Unrecht und deswegen kriminell. Der Staat hat sehr viel Geld ausgegeben, um mich zu einem guten Kriminalbeamten auszubilden. Und ich habe aufgepasst bei meiner Ausbildung. Wenn der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift, das steht im Grundgesetz, dann muss dieses Verhalten verhältnismäßig sein. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Strafverfolgung bei Besitz geringer Mengen von Drogen ist unverhältnismäßig. Bis heute ist das nicht im Betäubungsmittelgesetz niedergeschrieben. Es gibt weiter Strafanzeigen bei Besitz geringer Menge. Wenn wir ein so gewaltiges Feld verschiedenster Substanzen nicht einem legalen Markt zugeführen. Und ich sage auch ganz offen, hier geht es nicht nur um Cannabis. Wenn es dafür keinen legalen Markt gibt, dann gibt es dafür einen illegalen Markt. Dieser illegale Markt kennt keinen Jugendschutz, keinen Verbraucherschutz. Er ermöglicht eine gewaltige Kriminalität. Und ich habe meinen Beruf mal gelernt, um Kriminalität zu bekämpfen. Und wer diese gewaltige Kriminalität ermöglicht, durch eine Prohibition, der macht sich der Beihilfe schuldig. Wer das Verbot so weit treibt, dass selbst Menschen, die Cannabis als Medizin brauchen, nur unter schwierigsten Umständen eine Genehmigung bekommen, dass Menschen, die diese Medizin brauchen, diese selber bezahlen müssen, obwohl sie sich im Garten selber anpflanzen könnten, oder durch Verwandte anpassen lassen könnten, sich helfen lassen könnten, der macht sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Cannabis war noch vor 100 Jahren das häufigst verschriebenste Schmerzmittel in Deutschland. Kaum einer weiß in der Bevölkerung heute noch, wie weit das Anwendungsfeld ist. Ich finde, wir dürfen nicht nur über das Thema Suchtmittel reden, sondern auch diese Patienten haben es verdient, hier richtig Gehör zu finden. Es ist ein wirksames Schmerzmittel. Bei verschiedenen Krankheiten, wie Eens, Tourette-Syndrom, Multiple Sklerose, kann es Anwendung finden. Wir haben trotz Einbemühungen in Deutschland gegenwärtig ca. 150 Genehmigungen in dem Bereich. Das ist ein Skandal. Ein Skandal ist aber auch, wenn jemand, der mal in eine Kontrolle gekommen ist und nur wenige Substanzen bei sich hatte, ein paar Gramm von irgendetwas Verbotenen, der ist dann entsprechend in der Fahndung drin. Das ist eben nicht nur die Strafanzeige, die man dann bekommt und die dann wahrscheinlich wieder eingestellt ist. Wenn man in Bayern diesen Eintrag erst hat bei der Polizei, dann heißt das bei jeder möglichen Kontrolle immer wieder komplett die Taschen vorzeigen, teilweise entkleiden, bis hin zur Wohnungsdurchsuchung. Das heißt, die komplette Palette der Strafprozessordnung und alles nur, um Druck zu machen und Leute zu bevormunden und zu sagen, wir müssen alles mit Verbot regeln. Das Problem ist, dass dieses Verbot gar nichts regelt, sondern mehr negative als positive Folgen hat. Warum kiffen denn in Holland weniger Menschen pro Einwohner als in Deutschland, wo es verboten ist, wenn dieses Verbot so eine Logik haben soll? Stattdessen kann ein geregelter Umgang, ein vernünftiger, vorsichtiger Umgang, wo junge Leute auch erfahren, wo denn die Risiken liegen und wo denn der problematische Konsum nun losgeht, wesentlich gesünder sein und deswegen ist es auch für Leute, die nicht kiffen wollen, richtig die Drogenpolitik in Deutschland ganz schnell zu ändern. Insofern hoffe ich, dass dieses Signal heute auch gesehen wird, dass auch die Medien, die immer noch Angst davor haben, neue Wege zu gehen oder eine bestimmte Politik damit betreiben wollen, dieses Zeichen registrieren und dass es nicht nachher heißt, im Polizeibericht, ca. 1600 Leute waren hier anwesend, sondern dass hier einmal richtig gezählt wird. Dieses Zeichen des Wissens ist wichtig um auch gerade älteren Menschen, die sagen, ja vielleicht ist das ja richtig, aber ist das momentan wichtig in der heutigen Zeit. Diese vielen Menschen, die heute da sind, die zeigen hinein in alle Parteien, dass es richtig ist und dass es wichtig ist und dass man immer lauter wird und ich wünsche euch dafür noch viel Spaß und einen schönen Tag heute. Herzlichen Dank an Frank Tempel von den Linken. Vielen Dank.